Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Ja, 30 Jahre, das sind eine lange Zeit, in denen hoffentlich vielen Kindern geholfen wurde, besser lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Es ist so wichtig, dass den jungen Menschen eine gute Startchance gegeben wird und manchmal gelingt das in den Schulen nicht ganz so gut. Deswegen ist es so wichtig, dass es auch außerschulische Angebote gibt, um den Kindern nachhaltig zu helfen und ihnen einen guten Start ins Leben zu geben. Weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und vor allem, dass vielen jungen Menschen geholfen wird, einen guten Weg zu finden. Alles Gute für die nächsten 30!